Hi und willkommen wieder auf dem Kanal Wir spielen heute Rocket League Ich habe wirklich abdrehen gezeigt Die Runde geht schon los Deswegen sollte ich mich mal ein Ich habe in die falsche Kampel geguckt Los gehts übrigens Ah Ich meine wie das Spiel geht Ich habe nur eine Runde gespielt Ich habe mich immer zerstört Ganz kurz zur Erklärung Ich weiß nicht ob das Spiel leise ist Ganz kurz kann ich den Chat wieder anmachen Ähm Ich spiele mit Luigi Den Typen den keiner leiden kann Habe es so toll gespielt Ich habe da reingesackt Und jetzt Was ist? Achso Ich habe jetzt die Booster gesammelt Weißt du das ist doch so eine schöne Vorlage Was machst du? Du wirst merken Ich brauche ein bisschen was Kannst du echt springen machen Dann überspringen zu auf Er hat er gerade Er konnte Need to Know grad eine Failure veröffentlicht Jetzt rinna Rinna Scheiße Nicht springen Nicht springen Gut Erstmal beim Kick aufzunehmen Ich wollte Ich bleibe Ich sichere Tor Der kommt nicht an mir vorbei Martin Spring Ah scheiße Oh Gott Ich sichere Tor Ich sichere Tor Es ist alles gut Es ist nichts passiert Ok Es ist alles noch sicher Ich springe Ja Ah Ich hätte fast über den Ball berührt Gut Ich kriege das hin Ich kriege das hin Ich kriege das hin Ich würde auch gerne aussehen Wissen wir wie die wie die aussehen Ich glaube ja Was Nummer 3 Warte Und jetzt springen wahrscheinlich Ich habe mich immer noch nicht berührt Ich bin ein guter Teamkollege ne Das ist auch 0 Punkte Kein einziges Mal diesen Packball berührt Ah ich habe berührt Siehste Jetzt Jetzt mein Time to shine Ich habe es nie Mein Time Ganz kurz wie heißt es die Das ist irgendwie so Mäßig Gangster Rap Nein Okay we'll see My Time is now Ich hätte fast ein Eigentor geschossen Experte Ey Ich bin so verwirrt Ich bin so verwirrt Ich bin so verwirrt in diesem Game Jetzt kurz ist das von dem Strauß überhaupt ok Ah Ah ne das bist ja du Bro Ich komm wirklich nicht mit Hast du Ballkamera an oder nicht? Bitte? Hast du eine Ballkamera an oder nicht? Steht unten links Gibt es bei dir dabei Kamera oder nicht? Nee Nee Dann drück mal leer drast Ah ja das ergibt mehr Sinn Das ergibt mehr Sinn Ja ok das ergibt viel mehr Sinn So ist es viel besser Ich glaube die Musik Ich glaube ich muss die Musiker machen Oder lauter machen Man hört die gar nicht Das Game ist viel zu laut Oder ich muss das Game and leise machen Ich weiß echt nicht wie es so ein Sound ist Ah das war knapp Ah das war knapp Ah jetzt jetzt komm ich Jetzt 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 ist mein Teil bescheid Na doch nicht Echt ich bin wirklich Ich will richtig Und was du kann auch mal mehr Eigentlich zusammen Also mein Ziel ist es mindestens einmal zu rühren Ich das Video Ich hab das Video von Dingsk hab ich gesehen Das Video von Nitunow hab ich gesehen Nitunow? Was? Ey der macht Der hat ein Facereel gemacht Also heute hat er das hochgeladen Der hat da vor dem Chris gemacht Ich hab das schon irgendwie so Warte ich muss kurz Ich muss kurz aktiv passeln Sprung! Ah! Schade Ey wir sind wir Der Ball ist schon mal in der Nähe Des deren Tors Der ist irgendwie scheiße Ich hab jetzt Richtung unser Tor Unser Tor gekickt Jetzt! Scheiße Digga Ich denke mal jetzt krieg es hin Ich sag absolut Ich sag unnormal Leute Es ist wirklich Ey Leute ich bin übertrieben zu loser Jetzt komm geh rein! Nein! Scheiße Es ist viel zu leiser Das Game ist viel zu laut Leute Ich bläde jetzt einfach den Sound Einfach so Und wo es gar nicht so das Game leiser stellt Äh Audio Hauptdurchstärke leiser D-d-d-d-d-D D-d-d-d-d D-d-d-d-d personne Ey! 2 Sekunden später Das hat direkt auf den Job gepasst D-d-d-d-d-d-d Wir müssen jetzt hustlen Der Sieg Nein, 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 glaube an dich Du musst hingehen Ja, ich hab das ja nicht verstanden Ich möchte nur mal sagen Das ist meine dritte Runde Und bei der ersten habe ich nicht aufgepasst Das ist irgendwie meine 700. oder so Finde ich peinlich Ich spiele zum Glück nicht auf Rangliste Ansonsten hätte ich schon mit dir Ja, also nicht Ragepit, aber Ja, jetzt, jetzt, jetzt Jungs, der Typ holt's raus Der Typ holt's raus Ich muss ganz kurz die Musik da machen Ich spiele nicht halt immer mit Lukas so Ja, aber jetzt spielst du mit mir Jetzt spiele ich mit dir Ja gut, der hat auch einen krank Ping so Und der hat manche Ping-Drops Wenn ich du wäre, ich würde mich schämen Warum? Einfach, weil, weil es nicht Ich hatte einen Pass früher versucht Nein, 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 ich krieg's hin Danke Yes Aber scheiße Wenn sie jetzt in mein Ernst Sie sind erst mal zu berühren Weißt du, was ich mein? Boah, ich trinke mich auf Ich will auch, ich will auch Ich will auch, ich will auch Alla, 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 alla Zack, habme Scheiße, in die falsche Richtung Nein, die Richtige Wir müssen Weißt du, welches Foto eigentlich? Nee, ich weiß noch nie wirklich, wenn ich ja nicht bin Du musst doch nichts glauben Ah, das ergibt Sinn, weil wir Orangen schon, ja, das ergibt Sinn Ja Der Sieg ist unser Der Sieg ist unser, sag ich Siehst du, er steht 3-2, hab ich gewusst Ich will jetzt auch wissen, wie er aussieht Ey, nach der Runde dugele ich kurz Das ist doch zu laut Ich bin hier nicht Rocket League Experte Ich kann das einschätzen Jetzt Wie jetzt Dann Nicht Rinder Was für Rinder? Na, weiß nicht, ich hatte gedacht, das macht das gut Oh, das war fast ein Eigentor Eigentor Ich hab das, ich hab das gesichert Ey, ihr habt, ich hab die Lage und ich hab die Lage und eine Kontrolle Ihr habt schon eine Kontrolle Jetzt werde ich ihn nochmal berühren Hab mich berührt Aber es war so gut wie berührt, weiß ich mal Okay, jetzt Schnell den Boden berühren lassen Jawohl, wir haben gewonnen Jetzt Erste richtige Runde und E-Rack-Win Also wirklich Easy Ich bin halt Der Profi Der Profi Perfekt Ey, ey, perfekt Oh, ich hab ne Kiste Ist so ein geiles Produkt Gruppenfühlwarte verlassen, finde ich peinlich Okay, mal haut mir den Moment, ich gucke, ich gucke ganz kurz Ich mach schon mal bereit Okay, warte, ich mach kurz Case Opening Was denkst du, was kriege ich? Sehr selten mit deinem Port 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 So, Leute, seid bereit Okay, zuhört nicht Oh je Ich will ganz kurz, dass man im Stream kann aussehen Hätt ich mir ganz anders vorgestellt Das ist Need to Know Holy Shit Also wirklich, hätt ihr mir ganz, ganz anders vorgestellt Okay Ich kenne es halt nicht, der ist Stream-Frauen Schöner Typ Also, wenn ich ich wäre, dann wäre ich lieber Gonter Weißt du, was ich meine? Ich denke, ich denke, dass die Aussage kräft nicht genug Okay Wirklich, wirklich ein Mashallah Genau, mit dem Typ Blinder, Rinder Attacke Ich hab mich ja mal richtig nahe Das Auto mal wieder Zwanglos Und hier Also, ich will Ich klicke auf Zwanglos Okay, ich kann nichts machen Scheiße Ich vertraue einfach Dunkle Haare und Brille Mh, Mashallah Und das ist jetzt sicher das erste Oder ist es noch nicht sicher Es könnte noch der andere sein Oder einer der anderen sein Aber ich Ja, es wird schon Ich glaube schon, dass es der Typ ist Okay Oh, die sieht doch voll geil aus, die Map Ich geh rein, ich geh Ich push, push, push Ja, fußt aber Hab ich Ich war fast da Ich war fast dran Weißt du, was ich meine? Fast, aber auch Ja, aber morgen war ich auch gestern dran Weißt du, was ich meine? Morgen warst du noch gestern Genau Ich versuche hier einfach nur Irgendetwas halbwegs sinnvolles zu tun Mäßig Ich fahre die ganze Zeit den Ball hinterher Nicht den Ball die ganze Zeit hinterher Naja Der Erfolg ist jetzt auch eher so Seben gegeben Yeah, Luigi Ey, mit dir gewinn ich Und hier hast du schlechte Lobby-Safe Du hast einmal den Ball berührt Ne, andersrum Ich hab dir das Tor gemacht Boah, ich hab, ich hab, ich hab hier zerstört Was passiert, wenn jemand zerstört ist? Ja Jawohl Ich war so knapp dran Ich hab noch jemand zerstört übrigens Ey Ganz kurz Siehst du, siehst du die Kamera Ey, ich sehste, ich war auch fast dran Ah ne, okay Ich war doch nicht dran Ah da, siehst du da Hab ich eingeschossen Alter Du warst Mithelfer Ja Ich hab Vorlage gemacht Save Ich weiß, wie das Game geht Na, unfair Jawohl Too easy Too easy Jungs Kuckthof 3-0 4-0 Ja, wie schön Schlechte Gegner Das ist schon was Ja, weil Das liegt da Das liegt da Das liegt da Ich glaub, das liegt wirklich an mir Weil ich halt Ein neuer Ein neuer Anfänger bin Ja, der will sie nur drin Habt mal Er ist erst berührt Er ist trotzdem in die andere Richtung geflogen Ja, weil der Antrieg auch geführt hat Das find ich aber nicht richtig Oh, das könnte mein Tor werden Das ist, okay Das war Luigi's Tor Aber ich hab, ich hab Vorlage gemacht Du hast die Vorlage Sie hast ja wirklich Vorlage gemacht Ey, ich bin, ich bin der beste Spieler, Alter Alter, das wird ja dein übertriebenes easy win Okay, du bleibst jetzt hinten, okay Du warst Ich sammeln Boost, okay Aber Bro, was sind die? Ganz kurz Also Es steht Auf jeden Fall jetzt mal mehr als 10 Punkte Also mal positiv Bro, was war das? Was war das? Okay, du bist jetzt Scheiße, wir sind vorbei Finde ich nicht richtig Finde ich auch nicht richtig Also was war denn das jetzt hier, Matti? Das, das war ein Fake von der Regierung Weißt du, ich mein Die satanistische Regierung Hat das so Und dann fällt es vor Ja Was war denn das? Ey, du musst doch irgendwie andere Das war's, ich bin der Fake von mir jetzt im Spiel Ich bin entschuldig Ist mein Ball Ist mein Ball Ich bin dran Ich bin dran Ich bin dran Ich geh ran Und Speck Wolo, jolo Jetzt komm Ja Hättest du ganz gut gewartet Wäre ich dran gekommen Du hast sechs Tore gemacht Ich hab ein Tor reingelassen Ich finde, gute Statistik für mich Spricht auf jeden Fall für mich Oh, ich hab jemanden zerstört Das finde ich super Was macht Zerstörung halt ich? Äh, dann respawnt er halt Wird halt kaputt gemacht Finde ich gut Das ist wie, als du das jemals im Minecraft töten Der kann einfach nicht Hier Und verliert halt seinen Fuß Und so Uh, ich hab mir richtig Ich hab ein richtig toller Kick Kick Ah, der war schillig von mir Uh, ich hab nochmal berührt Alter Mein Time Nein Hinterher Rander, rander, rander Ey, ich schaff das Ich schaff das Ich schaff das Du kannst auch Double Jump verwenden Wie? Einfach zweimal die Springtaste drücken Ah, ihr habt's gesehen, ja Wollt man am besten nicht immer anwenden Aber ich bin wirklich nicht zu know Das ist ein Mashallah Kann man sich nicht beschweren Oh, ich hab ihn berührt Ich hab ihn weggekickt Easy Ich bin so ein Experte Ich bin so ein Experte Ja, aber ich bin wirklich ein Mashallah Aber irgendwie Ich kann mir das nicht richtig vorstellen Wie so ein Typ da sitzt Und dann so ein komisches Need to know Zeug macht Weiß ich mein Äh, hallo Sacramento Ich, okay Perfekt Ich war 10 Sekunden lang in der Luft Und dann hab ich auch eine Bohne schon Ich, ich glaub ich Ich bin dog shit in Game Real Talk Vielleicht werd ich mir einfach Humeigefahren Ich, ich werd so aufgeschmissen Und ich Luigi Alter, ich bin, ich bin wirklich Ich bin total fertig Es ist ganz, ganz unten Es ist ganz schwach Ja, Moment, ich hab ihn aufgegeben Perfekt Warum wackelst du? Warum wackel ich? Oh, ich kann auch wackeln Siehst du, siehst du, wie cool ich bin? Ey, ich pass auf Ich bin Stufe 3 Clap bitte einmal Ich bin Stufe 3 Clap in Chat, Boys Danke Okay, einfach auf bereit drücken Links Und rechts gedrückt Links klicken musst du drücken Auf der linken Seite steht bereit Und da klickst du drauf Danke Uh, kann man machen Rematch? Nein Also doch kann man auch Aber Jetzt wundere ich mich wieder Warum ich das Internet hab Weil ich vergesst Hab das Update zu machen Ja, nee Weil ich war bei Potter Bist du etwa Harry Potter Ganz kurz Ich bin übertrieben Lost in Game Das ist ganz peinlich Diese Playstation-Spieler Brauchen wir da so lange Das ist ganz peinlich Aber Servus Potter Ich bin mit Luigi Ja, was geht? Wir müssen jetzt gewinnen Das tun wir sicherlich Uh, ich hab ihn berührt Ich bin Experte Ja, okay Der geht rein Glaube ich nicht Werde ich verhindern Ich hab's nicht geschafft Ich finde, das gehört sich nicht Ich hole mich noch nicht an Ja, wir haben scheiße Wir haben scheiß Kickoff gemacht Jetzt kriegen wir halt gute Gegner Finde ich nicht richtig Ich finde, das gehört sich einfach nicht Rico Moins, Servus Moins Sekunde Ich kann dich gar nicht Gebühren begrüßen Weil ich kurz Skill weit lassen muss Kurz im Sinne von Ich fahre in die falsche Richtung Perfekt So viel zum Thema Ist vielleicht eine Ballkamera wieder aus Oder was So viel zum Thema Skill Ja, es kann sein Dass ich in die falsche Richtung gefahren bin Aber, Moin Servus Ja, wie siehst du aus Du meinst schon auf diesen Ballern Oder nicht Äh, hab ich gar nicht aufgepasst Oh, ne, hatte ich tatsächlich aus Ja, okay Ich hab ihn berührt Sehr schön Halt schon wieder aus Oh Mann, Alter Stressig Ich bin so kacke Ich bin so kacke Ich bin wirklich so kacke Es ist, es ist wirklich Es ist echt eine Qual Mir zuzugucken, Leute Äh Super Aids Also, ich möchte Super Aids Sacramento Ich fühle es mal schneller Wenn man so einen Doppelsprung macht Ich glaube, es ist aber nicht so Ja, so Ey, da voll pfeifen Ich weiß nicht Irgendwie kommt der mir so leise heute vor Ich? Ja, ja Das kann ich ändern Leute Ich bin halt hart am Konzentrieren Weißt du, ich mein Das ist ganz peinlich Keine Ahnung Vielleicht hab ich dich auch mal leise gestellt Kannst du das nicht wieder lauten stellen Dann hab ich eine Brasche für dich Es ist völlig nicht fair Das hätte mein Tor sein sollen Äh Ich finde das einfach Ich finde das einfach peinlich von dir, Luigi Oh, Digga Ich glaube, es ist so anstrengend Bei mir zu spielen, Alter Ja, es geht Ich hab schon schlimmere gehabt Aha Seht ihr da, Leute Er hat nicht gesagt, dass ich abstoßend bin Also, Indie ringt schon Aber nicht Weiß ich nicht Jetzt auf geht Ich bin ja immer noch am Sie sind meine Ich hab ihn berührt Das ist nur meine Folge Ich hab den beiden mal berührt Oh, berührt Easy, easy, easy Das war heftig Das war gefühlt heftig Mati Konzentrier dich Komm Nein Jawohl Ey, der meinte Hat er in meiner Seite sollen Hat sie ja schon aufgegeben Finde ich gut Du hast mich die ganze Zeit rumgeboxed Was war mit dir? Ja, guck mal Ich hab das Skill gehabt Das hast du noch nicht richtig gesehen Dann mach deine eigene Tor Ja, okay Ey, steht da zwei Steht da zwei zu, ne? Ja Drei, zwei Für uns Glaub ich dir nicht Doch, natürlich Hä, es ist so Glaub ich dir nicht Uuuuuhh Rinder, 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 Rinder 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 In die Kinder Ich fress Inder So wie Linda Goethe am Start, Jungs Alter, der ist so nicht perfekt Einfach mal rein, mal fresh Wer was anderes sagt Einfach Hater Das Game ist irgendwie langweilig geworden Gefühle Mach dir nur noch Tore Ich bin generell Ich bin einfach verwirrt In dem Game, wenn du verstehst Der war nicht schlecht Aber ich stand da leider nicht Könnte ich mal wieder in die Decke fahren Geht das? Nein, natürlich kannst du in die Decke fahren Geil, ich kann mich ja so Ich hätte mich so helft Ich hätte mich retten können Habe ich aber nicht Habe ich aber nicht Habe ich das Habe ich verpackt Ach komm Jetzt hier Mein, 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 mein Mein Timer Scheiße, doch nicht Nein Das gehört sich auch einfach nicht Weißt du, ich meine Ich habe wenigstens Auf die Glanzparade bekommen Ich finde das einfach unfair Hier, du gehst die Tür Jetzt hier Zack Uh, das hätte fast Das Tor sein können Ich hätte besseres von dir Hä, von mir Hast du mal gesehen Wie kann ich mir Kann ich dir diese Runde mitschicken Gerne, 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 Potter Gerne, gerne Wir brauchen ein Skill Der ist bei mir jetzt nicht so vorhanden Wie du siehst Dann können wir alle Tagtreten Können wir alle gebrauchen Du bist ja schon absoluter Experte Wie ich sehe Ich bin absolut kein Experte Wetten, wetten du bist Experte? Nein Ich bin eigentlich Denn was ist die Hauptstadt Colorado Ich bin jetzt nicht der Überkrasse Ich habe zwar ein Turnier gewonnen Ich bin der Überkrasse Ja genau, du bist der Überkrasse Das Spiel seit heute hat Ah, das hätte meiner Sätze Das war mein Tor Das sagst du jedes Mal Und ich war niemals Ich war niemals Anlass dran, Alter Ich bin so ein beschissener Spieler Es ist einfach traurig Mit dir zu spielen Nee, du hast einfach Respekt Weißt du, was ich meine Ich habe einfach Angst Dass du gegen mich verlierst Du, was wäre Was wäre passiert Deswegen Wir können ja gleich mal ein One-on-one machen Ja, okay Wir sehen mal, wie es ausgeht Ja, du darfst dich nicht bewegen Nein Das stand nicht in den Konformen Regeln Ja, da verlier ich ja Ja eben Das war nicht richtig Oh, berührt Oh, berührt Ich bin so gut Scheiße, der ist weg Nein Ey, den verlieren Luigi Geht immer mit Mühe Wir verlieren Nichts Ich bin nicht hier für uns Ey, ich bringe dich noch dazu Dass du ihn vormachst Okay Der schaffe ich, der schaffe ich Ganz kurz Warum, warum sitzen Eier Auf der Tribüne Warum haben manche Eier Hüte auf Eier? Ja, auf der Tribüne Sitten Eier Geh, komm mal Geh in die Mitte Geh in die Mitte Geh in die Mitte Nicht Mitte, Mitte Sag das doch Weil ich Finde ich nicht richtig Ey, verkacken wir Also wenn wir jetzt verlieren Dann ist das deine Schuld Ist das dann meine Schuld Wenn ich alle doge mache Aber nimm nichts ernst Von dem, was ich sage Die Hälfte von dem, was ich sage Schrotten der Rest auch Weißt du, was ich meine Ja, allgemein Der komplette Stream Ist ja schon schrotten Ich würde jetzt traurig Musik geblenden Aber ich bin tatsächlich Einmal zu überfordert Potter 337 Ne Ich weiß nicht, wie ich dich einlade Aber ich glaube, ich kann Auf ID eigentlich einladen Muss man doch vielleicht Mal zeigen Wie ist der Name? Potter 337 3-3 3-3-7 Uh, ich habe ihn berührt Ey, ich bin gut zerstört Ich bin nicht richtig So, das passiert mit den Leuten Die zerstört wurden Ja gut, es gibt eine Verlängerung Verlängerung Oder jetzt schieße ich noch Ein grandioses Tor Ja komm Ja Hey, du warst so weit Ja, okay Verlängerung Verlängerung Wie lange ist das? Bis jetzt jemand ein Tor schießt? Bis jemand ein Tor schießt, genau Dein Rinder Das sind mal 5 Minuten dran Rennen, Rennen, Lachs Ich bin so hart verrückt Ich bin so hart verrückt Game ist easy Aber ich bin scheiße Ich möchte mal sagen Ich spiele seit neun Jahren Minecraft Und bin immer noch kacke Nach neun Jahren Schon Ja, also Aber da nicht mal richtig aussprechen Mindergroß heißt das Spiel Willst du nicht wählen? Ich habe mit Mojang geredet Ach Junge, mein Humor ist aus der Scheiß, Alter Nein, 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 nein Was? Ich hätte mich in den Schuss geworfen Für dich hätte ich das gemacht, Luigi Komm Gegner Ja Und er löst mich von dem In dem Match Indem er einfach ein Eigentor schießt Okay, mach ich Nein, nicht du, nicht du Hatte ich jetzt vor Warte Nein Ja, im Saison habe ich gut gemacht Das habe ich gut gemacht Mein, ich bin so ein Kacke Ich hätte es nur springen müssen Aber Ja, weil ich wusste halt nicht besser Was ich meine Also er ist ein Match verloren Finde ich einfach Gehört sich nicht Okay, was? Ich glaube ich wünsche ich nicht Scheiße, schade Gruppenmannführer hat die Gruppe verlassen Ja, ich möchte auch So, dann schicke ich ihm erstmal eine Voreinschützungsfrage Wie heißt der? Wie heißt der? Potter 337 Potter 337 Okay, dann muss er mal die Anfrage annehmen Vielleicht, du musst mal genau darüber nachdenken, heißt ja auch Potter 27, weißt du? Okay Dann muss er jetzt die Anfrage annehmen So Der ist er, der ist er Ey, der, 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 der Profi Banner, ich will ich bannen, Banner Warte, ist das, ist das Gold oder ist das Bronze? Bin mir unsicher Ich glaube das Bronze Ja, das sieht nach Bronze aus Okay Also auf jeden Fall hat er Competitive gespielt Ich hab, ich hab schon Gold durchgespielt Boah, hast du Gold durchgespielt? Ja, hab ich einfach Okay Ich war mal kurz vor Platin Dann hab ich aber absolut reingesackt Ich kann das gar nicht einschätzen Ob Platin, also ja, ob wir das Platin helfen, ich kann das gar nicht einschätzen Also ist, äh, bei Competitive gibt es einmal den Rang Bronze, das ist der Unterste Dann Silber, dann Gold, dann Platin, dann Diamond, dann Champion, dann Grand Champion Ich bin Grand Champion Level 100 Es gibt keine Level dort, es gibt Ligas Äh, Jungs, ganz kurz, mein, 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 mein Stuhl, mein, mein Stuhllehne ist abgebrochen Hallo Es geht jetzt los Meine Stuhllehne ist abgebrochen Wie, Jungs, kurz drehen aufs Spiel Ja, okay, Entschuldigung Perfekt, Jungs Thornt hat keine Eigentümer Jungs, da muss ich Handwerker ran, aber ich kann nicht, ich, ich, ah, das drehen mich so oft Ey, Jungs, ich, 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 ich bin, ich, ich bin, ich hole mir Bauarbeitern doch, aber verzerrst, ich bin so pfeifelt Und ich kann nicht tropfen, der Blade nicht, ich bin sehr übertrieben, das klügste Nein Ich bin so intelligent So Alter, ist das stressig Was ist denn daran stressig, dass du mir die Beikamera auf Ah, ja, stimmt, dein Spiel Ne, hatte ich an Okay Ich bin einfach trotzdem verwirrt Weiß nicht, mein, ich bin einfach echt, ich bin einfach echt scheiße Du bist in jedem Spiel verwirrt Das ist richtig Wenn ich nur puzzeln kriege ich Stress, weiß nicht, mein Ich kriege alle Annalinen Was? Was? Puzzle? Ne, ich puzzle nicht Ich könnte, ich könnte puzzeln und dann wüsste ich, dass es sich trotzdem schlecht wäre Rechts ist das Ganz kurz hier Ich seh's nicht Das holte nicht so sein, da müsstest du ja wirklich Handwerker, Handwerkerzeug machen Da muss ich gleich die Handwerke, Handwerker Der Kicker war scheiße von mir Oh Gott, Mati, also dir beim Spielen zuzuschauen ist echt anstrengend. Also Potter ist besser als du. Oder bist du das ein bisschen? Ne, sag ich das einfach, um dich zu beleiden, weißt du? Ich will, dass du das mit Ego kringst. Mein erstes Tor! Ich hab ja Doppelsprung gemacht, aber dann wär's mein erstes Tor gewesen, sag ich dir. Komm, der war still. Jetzt war die Zeit, scheiße, falsche Richtung. Potter! Potter! Mensch, Potter! Ja! Ganz kurz, warum liegen wir denn in den Zustand? Gebt euch mal in die Mühe. Kann sein, ihr seht ihr haltet, also ich mache so gar nichts, ne? Ihr spielt und ich bin auch noch da. Ja. Du bist einfach der, der einfach nur rumsteht und keine Sau juckt. Das ist richtig. Und einfach dann nur Scheiße bauen. Genau, so bin ich mir auch gestanden tatsächlich. Ball berührt, Ehre. Also du hast auf jeden Fall mehr Punkte als der eine da. Sieht sich besser als der. Weil der hat nämlich nur zwei Punkte. Weil der guckt, der ist wahrscheinlich auch so ein Anfänger wie du. Und spielt halt mit so Leuten irgendwie wie mit mir und Potter. Dein erstes Tor macht tief. Oh ja, ich bin der am besten Spieler auf diesem Planeten. Holy shit, war das heftig. Siehste? Ich hab das erste Tor wieder runter aufgeschleuten. Also ja, also liegen ist da halt so besser mit Controller. Aber so verschiedene Techniken sind halt einfach mit dem, mit Maus. Das ist halt gut besser. Spannend, Alter. Das machen wir so fähig, das Game. Ich zieh, man. Pirok, Pirok, Pirok. Ich hätte wieder Tor rennen können. Habe ich schon gebrochen. Na, okay. Gehört sich nicht, bin ich. Hier, guck, Martin, dadurch, dass wir die erste Runde verlieren, haben wir jetzt wieder gute Spieler. Wir müssen, wir müssen, wir müssen das gewinnen. Das kann doch nicht sein. Ich habe mit einem neuen Account, habe ich einen 7 zu 0 gespielt. Und danach hatte ich die größte Schwinze. Gehört sich nicht, oder? Doch, es ist halt das Mensch-Making. Nee, für mich nicht richtig. Okay. Ich glaube, das war nicht fördernd für uns, ne? Jetzt, jetzt, jetzt! Ey, 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 du Arschloch! Ja, sorry, du rachst mir zu langsam. Ey, das hätte, siehst du, das hätte so gut ein Einer werden können. Hätte er, wie? Wir werden da nicht mal reingehen. Ja, das ist richtig. Aber ich hätte mich überrührt, weiß nicht, ich meine. Oh! Ey, das war aber viel heftig, war das. So, das geht richtig gut. Du hattest fast hinbeigehalten. Komm, Potter! Potter! Noch 30 Sekunden. Hier, was macht Ivan? Was hat er denn vor? Komm, Mati. Das ist nicht gut. Alter, schön gemacht, Potter. Schön gemacht, Potter. Ich konnte schon alles nachher was zu sagen, weil ich gar kein Plan habe. Nein! Wir müssen ein Tor machen. Glaube ich nicht. Seht das anders. Mati, halt den Ball in der Luft. Äh, hehehe. Das ist einfach traurig wiederum. Wie soll denn mit dir, Mati? Das brauche ich ganz kurz. Ich muss kurz meinen Stuhl reparieren, Jungs. Sekunde. Ja, aber dann kann ich ja. Dann muss ich mit Handwerkerzeug machen. Dann sorge ich aber kurz dafür, dass ich einen Kackping habe. Du bist schuld daran, dass wir verloren haben. Ich bin schuld daran? Wenn Potter nicht mal ein Tor geschafft hat, okay? Das hörte ich jetzt übrigens nicht mehr. Aber ich finde, Luigi ist wirklich ein ganz schissender Spieler. Weißt du, ich meine, dass er... Was Schlimmeres gibt es, glaube ich, das ist ein Planeten. Ich glaube, es ist ein Luigi. Naja. Okay, Chad, wenn ihr das jetzt hört. Also, Chad, wenn macht die Dinge. Ich hoffe, es ist ein Chad, ja. Hallo, Mati, du hast noch einen gefunden. Ich hoffe, es hilft, es hilft, es heilt, es hilft, es heilt. Ich hoffe, es hilft, es heilt, es hilft, es heilt. Ich hoffe, es hilft, es heilt. ganz kurz, meine Hand ist total dreckig meine Hand ist total mit Öl und so voll, Alter extrem stressig ja, wir machen weiter so, warum, 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 bin doch nicht gewollt, find ich schwach weil wir alle geläftet sind ja, warum seid ihr geläftet? ja, aber ich bin geläftet ja, dann bin ich ja aber alleine escape, dann muss ich mich verlassen ich spielst was besseres, wir spielst ein Turnier ach stimmt, können wir ja gar nicht wie nirgermann mach ich das? ich melde euch jetzt einfach danke okay, das wäre zu kritisch für Mati was? wie können wir miteinander schreiben? äh wollen wir mal ein 2v1 machen? okay, ich muss gewinnen Potter und ich gegen dich, Mati ja aber ihr dürft ja nicht bewegen doch, wir dürft uns bewegen du kriegst sogar einen Bond, okay? okay nee, nee, ohne, ohne und ich will versuchen dass ihr mindestens für drei Tore drei Minuten braucht das ist mein Ziel, okay? was? 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 versuch einfach irgendwie nicht ganz so hart zu verkacken ich will versuchen unter 10 Toren zu 10, nee 7 Tore ich will unter 7 Toren bleiben Potter kommt Team Schwarz Potter, ich hab gesagt Schwarz ey, sie hat für eben schon aus die Karte danke wir haben unendlich Boost, ne? will ich es wissen Ehre ey, wenn ich auch nur ein Tor kriege seid dann seid ihr so schlecht learn to play, please naja gut, das ist doch Potter kann der nicht im Discord kommen? ich? nein mit YouSpeak meine ich finde ich nicht richtig? ich muss mit Potter callen ansonsten das ist ja eine leichtere Zündung drin siehste, ha ich hab einen Ball also berührt meine ich finde ich nicht richtig? ja, und ich hab ihn reingemacht ich mein so effektiv war das jetzt auch nicht also mein Ziel ist es ich wollte nicht 7-0 rausgehen ich glaub es wird mehr ja, gut ich hab schon gegen dich erstmal 11-0 gespielt ich löff dann ich löff dann einfach du löff das dann einfach? was? ich löff dann einfach ok ich mein was sagst du? ganz frau ich fahre ich ihr habt keine Chance wüsst du nicht mehr? na, wie ist nicht mal die Regen drin, das ist schon mal was nein also, warte es gibt wohl schon ein bestes aber es geht nicht es steht dann schon 4-0 ey ich hasse hier so rein ich bin so hart am strugglen ich krieg die ganze Zeit auf die Schnauze es lohnt gar es bringt gar nichts Porta, ich spiel dir in die Mitte finde ich nicht richtig ey, Bro wie scheiße kann man sein muss ich mir jetzt hier so 4 Minuten noch so vor euch dem gelassen ja siehste das heil ich von dir zerstört auf geh Sparta manno aber ich hab dich wirklich zerstört das kann ich immer sagen ich hab dich wirklich zerstört ne wenn sie denken ich hab Ingame zerstört ich hab ein Match gewonnen aber nein ich hab mich mal kaputt gemacht weißt du jemand alter, perfekt hast du genau einen Millimeter drüber geflogen du hast doch du willst nicht mit 7-0 ausgehen 10-0 hab ich gesagt 10-0 nein da musste ich voll atmen da war mein Internetbucher schlecht ok manno siehste mein Ball Ehre ich hab ihn dir halt gelassen guck das halte ich von dir finde ich nicht fair finde ich auch nicht fair warum weil das hätte er hätte ein Tor für mich sein sollen haben die abgeschummelt das war in deiner eigenen Hälfte ne Porter der war zu weit ja mach dir ich würde nicht fühlen so und es ist immer wieder anders Porter nein jawohl das kann ja nicht sein boah das geht am Grill ja mach dir ja lang an der will nicht zu viel reibende Boss also war es easy zerstört nein nein der soll nicht zum Tor kommen sag ich hab ich nicht gesagt jawohl ey diesmal hab ich lange ausgehalten diesmal hab ich lange ausgehalten fand ich ja eine Minute 14 ja das ist das ist schon mal mehr als echt das ist schon mal mehr als keine Minute früh zum Beispiel das ist auch einfach wahr das ist einfach für Genie ach fuck aber ich meine natürlich nicht rein ach komm come on man jawohl ey das kann doch nicht sein das kann doch nicht sein ich hasse die gerade so ohne mal rein ey mach mich einfach so fähig dass es wirklich es ist ganz peinlich ich denke mal jetzt jetzt ist mein time also zum thema 10-0 willst du hier nicht rausgehen aber ne hab ich auch nicht gesagt man das kann nicht sein dass ich kacke bin komm der geht rein ja ich war ich war irgendwann entdeckt ich hab fast versucht aber ich bin irgendwo irgendwo an der decke gelandet ich hab sogar einen hunderserbund also servus ey matti ich wollte fragen wie das spiel ist es läuft absolut scheiße ich verkack die ganze Zeit ich stehe 1-0 für uns ok matti also kommst du weit runter ich komm gleich warum ich bin einfach verwirrt ey das kann doch nicht ich mach dich fertig du Arschloch nein ne 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 lege gönn doch gönn hast du das gesehen das war purer skill danke dass du eine vorlage machst ich mach keine vorlage ich mach eine skill ich schimmel hier irgendwo bei euren tor rum während ihr bei mir seid reinballert war ja nicht mal mehr zu sehen ich kann doch eine mittlere maustaste drücken mittlere maustaste ey geil kann ich euch keinen umdrehen sehr heftig und schreibt aber ich wäre so schlau dann soll ich dem mädchen logisch erklären what the fuck das schreibt einer mir auf whatsapp ich wäre so schlau ich dachte so was äh war aber nicht sehr schlau und dann der typ ist dann halt überzeugt der normie es gibt ja kein direkte mädchen oder frauen aber das müssen wir jetzt gar nicht reden müssen wir ja beide dass das normie zeug ist und Leute sowas schreiben dass der person spezifisch ist nicht nur geschlecht abhängt wie viel skill man hat in rocket league ich habe nämlich richtig viel ach komm hast du gesehen komm an ey komm an mein comeback ja und der geht jetzt auch raus rein man let's go wir kommen die tränen jungs wir kommen die tränen auf geht's ich bin immer noch in der luft jungs tange also ich war die ganze Zeit in der luft das ist eigentlich echt Spaß kann es sein dass wenn man man fliegt schneller runter wenn man den booster nicht mehr gedrückt wäre es gibt Sinn ja eigentlich schon oder du drückst halt W dass du sozusagen nach unten gewinkelt bist angewinkelt bist und dann halt dafür das gibt Sinn oh ne 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 ich jetzt jawoll also ich habe gesagt 20-0 gehen wir nicht raus und 20-0 gehen wir auch nicht raus weil es zeitlich gar nicht mehr möglich ist siehst du ich habe es immer gewusst wir laufen 15 Sekunden siehst du easy abgewehrt mein call nee bin ich nicht BOTA!